Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Ich habe hier noch diese Halloween Quest bei Linda offen und ich würde sagen, um die kümmere ich mich jetzt mal direkt. Ah Lara, gut dass du da bist. Ich habe mich gerade auf das vorbereitet, was auch immer mich auf der anderen Seite erwartet. Letzte Nacht hatte ich einen wirklich fürchtanflößenden Traum. Ich sah eine bedrohliche Festung, die durch eine endlose Weite aus Finsternis und Schatten trieb. Der Herrscher dieses dunklen Reiches war niemand anderes als der Galoppreiter. Er war ruhelos und wartete ungeduldig auf die Jahreszeit, in der die Barriere, die die Lebenden von den Toten trennten, schwächer wird und er sie überwinden kann. Diese Jahreszeit ist nun gekommen und der Galoppreiter und sein Pferd reiten durch den Nachthimmel. Manche sagen erst auf der Suche nach Opfern, die er in seine Festung verschleppen kann. Andere glauben, dass er verlorenen Seelen entführt. Ich bin dem Galoppreiter schon begegnet. Ich glaube, er fühlt sich missverstanden, gequält und verwirrt. Ich möchte ihm helfen. Und da stehen wir jetzt vor dem Portal zur Festung des Galoppreiters. Heute bekommen wir unsere Antworten. Lass uns zusammen gehen. Komm mit, Lara. Okay, dann geht es jetzt für uns wieder durch. Oh, es sieht nach da hinten irgendwo okay. Das ist genau das, was ich in meinem Traum gesehen habe. Aber wo ist der Galopierer? Vielleicht ist er auf seiner wilden Jagd durch Jovic. Folge mir. Lass uns einen ruhigen Ort finden, um im Lager aufzuschlagen und ein wenig nachzudenken. Steht der nicht da oben? Stimmt, der ist weg. Ich überhole dich einfach mal, ja? Weil das dauert uns vielleicht ein bisschen zu lange, wenn ich hier die ganze Zeit... Hier, ferner von Zentrum der Festung. Sollen wir nach dort oben gehen? Wow, das ist perfekt. Wir schlagen unser Lager im Schatten dieses Turmes auf. Abseits der lärmenden Geister und verborgenen, falls der Galopierer zurückkehrt, gib mir einen Moment, um das Lager aufzubauen. Sag mir, wenn du bereit bist, die seltsamen Geschichte über das Leben des Galop-Reiters und seinen noch viel seltsamen Tod zu hören. Ich bin bereit. Den Geschichtsbüchern zufolge gab es vor fast 900 Jahren einen Mann, Gunnar Thürmsen, der als geschätzter und loyaler Soldat unter John Charles diente. Ein seltsamer Mann mit einem passenden Namen. Es hieß, Gunnar hatte eine dünstere und nachdenkliche Art, war aber dennoch tapfer und John Charles gegenüber stets loyal. Kein Pferd ließ zu, dass er sich ihm nährte, und die anderen Soldaten und bediensteten John Charles gingen Gunnar aus dem Weg. Insgeheim verhöhnten sie ihn. Vielleicht war es Missgunst, vielleicht war es Angst, die sie dazu brachte, Gunnar den spitzenem Gloppierer zu geben. Ein grausamer Scherz, der in den kommenden Jahrhunderten seinen wahren Namen auf ganz Jorvik in Vergessenheit geraten ließ. Eines Tages tauchte eine wilde und ängstliche Stute auf, ein großes, schwarzes Shire Horse. Den Gerüchten nach kam dieses Pferd aus den Ländern im Osten, jenseits der Berge von Jor, und erlaubte niemanden, es zu reiten, außer den Galoppierer. Letztenendlich hatte er eine Gefährtin gefunden. Sie war ein riesiges Shire Horse, so schwarz wie die mondlose Nacht, und ihr wildes Aussehen und ihre unbezügelte Natur beunruhigten die Männer des Charles. Allein die Präsenz dieses Pferdes verenzigte die anderen Tiere und versetzte sie in Furcht und Panik. Der Galoppierer und das Shire Horse wurden unzertrennlich. Ihre einzigartige Verbindung rief Verwunderung hervor und ließ Gerüchte entstehen. Der Galoppreiter erarbeitete sich eine Position als versöhnlicher Leibwichter und Ratgeber an der Seite von John Charles. Er verbrachte große Taten für ihn und verteidigte John Charles sogar während eines gefährlichen Aufstands von rebellischen Lords. Vorteile und Gerüchte griffen in den Arm um sich, Aberglaube und Geschichte voller Angst über Zauberei und schwarze Magie. Als Verachtung wurde Hass und Witze im Verborgenen wurden offen hohen. Der Charles ordnete an, dass der Galoppierer sich für seine angeblichen Verbrechen verantworten müsste. Der Galoppierer wurde gefangen genommen. Im Schande und Fesseln wurde der seinem König vorgeführt. John Charles als sein Lord war zugleich auch der Richter, der das Urteil über seinen ergebenden Diener sprach. Als der Galoppierer zum Block des Hänkers gebracht wurde, kamen hunderte Männer des Charles hinzu, um das Spektakel zu feiern. Ihr früherer Aberglaube erwies sich als richtig, als der Galoppierer sich vom Richterblock erhob und seine Unsterblichkeit zu erkennen gab. Der Volksmund und die Geschichte sind diesbezüglich verworren. Aber die vorherrschende Theorie war, dass die Stärke des Galoppierers seine Verbindung mit dem Jarl und seine Unsterblichkeit ihres Ursprungs bei einer mächtigen Hexe aus der Teufelsschlucht hatte. Ein volles Jahr nach der Exekution wurde der kopflose Galopp-Reiter das erste Mal gesehen, wie er auf einer flammenden Stute durch den Nachthimmel ritt. Seitdem wird er jeden Herbst wieder gesichtet. Während wir im Schatten dieses Tunnels sitzen, spüre ich, dass es noch mehr in dieser Geschichte gibt, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Es fühlt sich an wie ein vergessenes Wort, das auf meiner Zunge unruhig darauf wartet, endlich ausgesprochen zu werden. Ich fühle, wie mich etwas zur Koppelinsel zieht. Vielleicht sollten wir das genau untersuchen. Möglicherweise finden wir raus, was den Galoppierer und Jean Jarl auseinandergebracht hat. Wir müssen schnell zur Koppelinsel. Ich spüre, dass dort etwas geschehen wird. Ich treffe dich da. Gut, jetzt habe ich leider nicht mal ein unausgeleveltes Pferd dabei, aber ist egal. Okay, dann ab zur Koppelinsel. Okay, wir sind auf der Koppelinsel und hier ist schon der kopflose Reiter. Und hier vorne steht Linda. Psst, sprich leise, der Galoppierer ist kurz vor uns hier eingetroffen. Wir warten, bis er verschwindet und versuchen dann herauszufinden, was wegen er hergekommen ist. Irgendwas an den Galoppierer seltsam. Also noch seltsamer als sonst. Siehst du diese kleinen tanzenden Lichter? Ich glaube, das sind Erinnerungsfragmente. Bring mir eins davon, dann sollte ich sie entschlüsseln können. Ich bleibe hier und halte wacher für den Fall, dass der Galoppierer zurückkommt. Okay, dann sammeln wir die Maschen da rauf. Das ist ja toll, wenn das einen Seelensplitter wäre, den ich bekommen könnte. So, und die letzten drei sind dann hier unten. Leider nicht, leider nicht. Okay, Linda. Dann hier. Du hast sie alle gefunden. Gute Arbeit. Gib mir einen Moment, um sie zusammenzusetzen. Das ist die Nacht, in der das Pferd des Galoppierers starb. Sag mir Bescheid, wenn du einen Moment Zeit hast. Dann erzähle ich dir, was ich in dieser Erinnerung sehe. Schieß los. Ich sehe hier ein Gebäude. Dem Äußeren nach scheint es ein Stall zu sein. Es ist dieser Ort. Dies war ein Stall. Der Stall des Galoppierers. Es gab Gerüchte, dass das Pferd des Galoppierers sich niemals im Stall mit anderen Pferde teilte. In dieser ist dieser Ort deswegen so abgelegen. Es geht los. Das ist eine aufgebrachte Meute, verängstigt und abergläubisch. Sie umzingeln den Stall. Sie sind voller Angst und Wut. Soldaten schlagen sich durch zu diesem Mob. Sie sind hier, um den Galoppierer festzunehmen. Ein junger Mann steht mit einer großen Stute im Stall. Das muss der Galoppierer sein. Seine Augen sind so leuchtend grün. Sie sind voller Kummer. Er hat einen Arm um den Hals der Stute geschlungen. Er flüstert die Abschiedsworde zu. Als Soldaten den Stall betreten, der Galoppierer und sein Pferd stehen schalt Soldaten allein gegenüber. Der Galoppierer ergibt sich. Die Stute schnaubt und schreit voller Angst und Unglück, als die Soldaten ihn wegbringen. Sie tritt gegen die Wände und stampft auf den Boden. Die Soldaten fliehen vor ihrer Wut. Es herrschte Wöhrung. Der Mob tobt. Ein Feuer ist ausgebrochen. Wurde eine Laterne in den Stall geworfen? Eine Fackel fallen gelassen? Ich kann das nicht klar erkennen. Der Rauch und die Flammen versperren mir die Sicht. Der Stall brennt dichterloh. Das Pferd ist gefangen. Die Soldaten kämpfen gegen die Flammen an. Die Menschenmenge hat sich zurückgezogen und beobachtet das Spektage gebannt. Die panische Schreie der Stute und die setzlichen Heulen des Galoppierers steigen lauter und lauter in den von Rauch erfüllten Himmel. Die Flammen wurden gelöscht. Fassungsloser Stille ist eingekehrt. Hauch und Klut liegen noch immer in der Luft. Der Lockerbierer ist zusammengebrochen, überwältigt von Entsetzen und Trauer. John Charles ist eingetroffen, um den Schaden zu begutachten. Lange starrt er auf die Überrasse des Stahls. Wut brennt in seine Augen. Sein Zorn wächst, während er sich den Galoppierer zuwendet, der dort auf dem Boden kauert. Der Galoppierer kennt die wahren Ursache für John Charles' Wut. Die Eifersucht und die Besessenheit, die den Verdacht des Betrugs und Verrats in ihn aufkeimen lässt. Aber die Stute ist in dieser Nacht gestorben. Wie konnte sie zurückkehren? War es die dunkle Magie und Zauberei, von deren die Gerüchte erzählten? Hat die geheimnisvolle Hexe die Legende der Legende auch dem Shirehor solche Kräfte gegeben? Es ist eine traurige Wahrheit, aber selbst gute Menschen, wenn sie von Angst getrieben werden, Dinge zu zerstören, die sie nicht verstehen. Ich weiß nicht, wer oder was mich nach Realheim zieht, aber ich habe das Gefühl, da werden wir unsere nächste Antwort finden. Rennen wir zusammen dorthin. Vielleicht stoßen wir auf den Galoppierer und eine weitere Erinnerung. Okay, gut. Das machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle erst im Verfehler von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.